und damit hallo und herzlich willkommen zu sieben tage zum sterben dieser zombie erreicht mich nicht ich ihn aber auch nicht das als verteidigung ist schon mal nicht verkehrt was machen die denn da unten die prügelt sich an sowas rauskomme ich jetzt ich kann mich aber nicht okay schade wenn ich da ist runterfall bin ich definitiv tot er kommt okay die feiner durch das kacke eigentlich wollte ich das haus luten so einen schon wieder das ganz tot ich wollte eigentlich das haus gelootet haben aber ohne materialien um da wieder ein fenster hinzubauen oder so sollte man da nicht reingehen das dauert auch zu lange um sich da reinzubauen dann nehmen wir das haus gegenüber wenn wir mal bessere klamotten haben um das einzureißen machen wir mal auf wir haben ja leider auch schon immer noch hunger bisher nichts brauchbares zu essen gefunden hier und fast tot x-bike ist verschlossen trockener umberührt noch mal einfach hier die tür hinter uns zu damit uns erstmal nichts passiert messengriff kleiner stein das ist doch dass ich die tür hinter mir zugemacht hat okay ich hätte noch ein bisschen platz gehabt lass jetzt hier bitte auch irgendwas zu essen sein okay das kann ich noch nicht wirklich mitnehmen jetzt habe ich mich vor dem bild erschreckt geschickt ausgewichen auch auf jeden fall was zu essen ne das ist auch nicht unweigerlich besser hier ist nix wir müssen doch irgendwo noch eine küche sein und so okay ein zombie noch ein zombie ja jetzt brauchen sagen Bitte lass hier was im Kühlschrank drin sein, nur verrottetes Fleisch, weil verrottetes Fleisch, mit viel Seiten schon drüber, was haben wir hier, Kohle, Rauchhuten, immerhin, Kleinigkeit zu füttern, Leerer Unterschrank, die hatte ich schon durchsucht, Bücherstapel, nur Papier, Tür verschlossen, also ich würde mir jetzt nicht die Mühe machen um alle Türen um alle Türen aufzumachen, jetzt gerade noch nicht, Kühlbox unberührt, da haben wir noch was zu futtern, Rottstuhl aufnehmen, den zerlegen wir dann auch direkt. Okay, ich bin ja nicht gesehen. Okay, dein Bein ist verstaucht, oh nein. Das ist jetzt nicht toll. Überhaupt nicht. Die kann ich auch nicht mitnehmen, weil unberührt. Oh nein. Oh nein. So was sollte ich eigentlich nicht machen. einfach irgendwo reinspringen. Da wird das Fleisch, der wird auch aufstehen, wenn ich jetzt reingehe, das sind zwei. Nein. Ja. Hier komme ich ja am besten raus, gar nicht mehr. Ah, den muss ich dringend reparieren. Okay, die kämpfen sich dadurch, die Türen durch. Okay, das war's. Shit ey, ich weiß aber auch absolut nicht. Ah, die verflattern mich jetzt ein bisschen. Eieieiei. Okay, wir müssen auf jeden Fall hin unsere Sachen holen. Gut, dass ich ein paar Sachen auch hier gelassen habe. Machen wir uns nämlich jetzt gerade nochmal den Speer wieder neu. Nein. Oder auch nicht. Stein. Und... Ein Holz haben wir nur. Rohstoffe, Werkzeuge fallen. Speer. Stein, Speer. Pflanzenfaser und Holz. Ah, klasse. Klasse. Ja, so sieht das aus, wenn man dann stirbt. Jetzt machen wir uns mal mit dem Steinsperr wieder aus. Stahlaxt. Muss man sich mit dem Rezept erarbeiten. Ja, läuft. Also nochmal darüber unsere Sachen auf jeden Fall holen. Wir sammeln es hier gerade aber nochmal schnell ein wenig auf. Und packen das dann nämlich wieder in die Kiste rein. Damit wir nachher nicht dumm dastehen. Die lasse ich auch mal hier. Ja, so ein paar Tode gehören dazu. Ich weiß auch gar nicht, ob ich hätte einstellen können, ob ich die Sachen im Inventar behalte. Wäre vielleicht nochmal interessant gewesen zu wissen. Aber ja. Okay, da läuft nochmal einer von denen. Müllhafen unberührt. Ja, looten müssen wir trotzdem. Ich brauche das verrottende Fleisch hier draus. Die Steine brauche ich, ein bisschen Holz brauche ich trotzdem, um auch hier Sachen wieder zu reparieren. Dann haben wir schon wieder 73 Steine. Läuft. Ist das jetzt wieder unberührt? Nein. Okay, jetzt können wir mal ein bisschen langsamer kurz gehen. Ich weiß auch gar nicht, ob das despaunt irgendwann. ein bisschen heizkörper. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht. Eine kleine Heizkörper. müssen und da ist wieder was neues zum lernen lege kümmert dich um deinen sperr da kümmert er sich um die sperren nutzen sich 20 prozent langsamer ab ich weiß gar nicht ob das jetzt doppelt zählt da raus ja dukt er sich was darf mich halt auch nicht so oft treffen lassen frage ich mich ja wo der herr kam kurzer leck wieder gehabt papier in der toilette das hat sich gelohnt medikamente gut mitzunehmen der eine ist nicht wieder gespawnt der hier eben war der rammelhaufen genau dann bin ich hier nämlich runter so was sind meine sachen ja dann würde ich sagen nanos ganz wichtig in der zombie apokalypse viel lernen hier sind wir ok weil ich trotzdem mir die zombies hier nochmal raus locken so 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 mission sonst muss man es jetzt ein sind irgendwie hier snacken und lesen adrenalin heilung in kampf wird die gesundheit bei jedem stark um einen gesundheitspunkt wieder hergestellt habe ich irgendwas mit singhaftes ja das kann ich eigentlich verlegen und zerlege ich nämlich den hier auch direkt mit kann ich auch zerlegen dann dauert das gerade leider einen augenblick bildspuren die dosen können zerlegt werden kann ich nämlich hoffentlich wieder ein bisschen mehr mitnehmen china halt gebrochene arme und beine schützt aber nicht vor weiteren verletzungen nutzt die sekundäre aktion um andere spieler zu wandeln okay so das zeigt dass da unten wie viel hier von dem zeug auch bekommen sehr gut trinken haben wir dann nämlich sie frage wenn ich den hier dafür habe ich jetzt munition ja genau er nachladen okay wenn ich ein bisschen aus der ferne vielleicht auch machen okay das muss man erst mal weg machen so hier haben wir nämlich noch revolver ja man noch position das kann man da drauf legen was haben wir hier trommelmagazin modifikation hier ist aufgerüstet muss ich bist du denn verändern das kann ich damit nicht machen aber ich könnte vielleicht reparieren das brauche ich denn eisenrohr okay das brauche ich denn um die zu reparieren auch eisenrohr aber für die habe ich gar keine munition okay nur für die 25 schuss immerhin was haben wir hier noch laubeerkuchen großvater irgendwas okay das ist vielleicht nicht direkt jetzt mutten soll ja gnadenlos überladen würde ich sagen ich kann mich kurz mal hier rein weil die toilette ruft und wir sehen uns in der nächsten folge wenn es heißt dass wir zurück nach hause gehen unsere sachen abschmeißen nochmal hier hingehen looten also lohnt sich das auf jeden fall und dann würde ich sagen wir sehen uns in der nächsten folge bis dann abonniere 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 Untertitelung des ZDF, 2020